Felix Neureuther beendet Mitte März 2019 seine Karriere als Skirennläufer. Doch von der Bildfläche verschwindet der gebürtige Münchner damit keinesfalls. Als TV-Experte bei der ARD bleibt der 35-jährige Sportbegeisterten erhalten. Dafür kündigt sich in seiner eigenen Familie ebenfalls ein kleiner Wintersport-Fan an. Miriam Neureuther postet diesen süßen Schnappschuss ihrer Tochter Mathilda, die ganz gespannt vor dem Laptop sitzt und ein Video verfolgt. Papas erste Kamerafahrt schreibt die mit Babynummer 2 schwangere Mama zu dem Bild. Doch wirklich überraschend kommt die Begeisterung für den Sport im Schnee nicht. Ihre Eltern lassen die gerade mal Zweijährige auch schon selbst auf Skiren stehen und scheinen damit genau auf den richtigen Nerv der Kleinen zu treffen. Mathilda ist, wie Felix und Miriam, naturverbunden und ein echtes Energiebündel. Die Leidenschaft für Abenteuer liegt im süßen Blondshop einfach im Blut. Und wer weiß, vielleicht wird aus Mathilda irgendwann noch eine begeisterte Skirenläuferin.